Ich glaube, dass das mal eine wirklich sehr angenehme Abwechslung ist, sich hier mit unseren Studenten vom VfL Campus auszutauschen. Es waren sehr interessante Fragen dabei, wo man hier und da auch in eine kleine Diskussion gegangen ist und ich finde es immer wieder nett, sich mit unseren Studenten, die ja hier beim VfL studieren, auch auszutauschen. Ich glaube, dass wir ja als Verein ganzheitlich auftreten wollen, von daher ist das natürlich wirklich etwas Tolles, dass der Verein zusätzlich neben dem Sport noch anbietet. Ich habe es ja selbst durchlaufen, den Kurs im Fußballmanagement. Ich glaube, dass es ideal ist, so nah an einem Bundesligisten Erfahrungen sammeln zu können, seinen Bachelor- oder Masterabschluss oder auch nur einen Kurs zu belegen. Ich glaube, dass es eine tolle Möglichkeit ist, die uns als Verein weiterhilft, ganzheitlich aufzutreten, als auch für die Studenten einen Riesenmehrwert. Von daher ist es, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.